Bauen. Machen wir uns nichts vor. Bauen ist dreckig. Unsere Maschinen, sie machen Dreck. Unsere Baustoffe sind schmutzig. Und die Umwelt am Arsch? Bauen verursacht 38 Prozent des CO2-Ausstoßes in der Welt. Wir gehören also sicherlich nicht zu den Guten. Bis jetzt. Denn wir sitzen an einem der längsten Hebel für eine bessere Zukunft. Einer, der richtig was bewegen kann. 38 Prozent. Das heißt auch, wenn wir etwas verändern, ändert sich vieles. Und genau an diesem Fortschritt arbeiten wir. Mit über 400 Nachhaltigkeitsprojekten und radikalen Innovationen, wie unserem schadstofffresselnden Asphalt oder der Einsparung wertvoller Ressourcen mit Lean Construction, haben wir bereits bewiesen, dass wir auch anders können. Und die zügige Digitalisierung aller Bereiche ist dabei das Fundament unserer Veränderung. Aber das ist erst der Anfang. Und ja, einfach wird das nicht. Es wird sogar richtig brutal schwer. Wir reden von neuen Technologien, die wir entwickeln müssen. Von tausenden Schritten, die wir noch machen werden. Von jeder Menge Arbeit, die noch vor uns liegt. Vom Umdenken. Wenn wir in Zukunft erfolgreich bleiben wollen, wenn wir unsere Verantwortung für kommende Generationen ernst nehmen, gibt es zur Veränderung keine Alternativen. Und wenn es einen Weg gibt in eine bessere Zukunft, der, wenn nicht wir, sollte ihn bauen. Strabag. Work on Progress. Also, an die Arbeit.